Ändern Eine Blechdose Egal Munition hat zum Beispiel jetzt auch ein Gewicht Das heißt man kann nicht unendlich viel einfach Zeug einstecken Cherry Russische Eier Rums Man sollte das Spiel erstmal auf normal spielen Weiß ich nicht Ich habe Fallout New Vegas auch sofort auf Dings gespielt Ich finde das Spiel Gewinnt sehr viel daran Wenn du es halt nicht in normal spielst Also normal läufst du halt einfach durch Das ist halt wie ein Kindergeburtstag Das ist halt so ein bisschen einfach Das ist halt so eine Herausforderung Ich meine klar Können natürlich auch ein bisschen zu sehr Frustrierend werden Wenn man vielleicht auch sich gar nicht mit den Mechaniken auskennt Also wenn es das allererste Fallout ist Gut dann würde ich auch kein Survival Mode empfehlen Gleich von Anfang an Da gebe ich dir recht Aber wenn man Fallout schon kennt Warum nicht Man kann ja auch jederzeit runterdrehen Du kannst glaube ich nur nicht mehr hochdrehen Wenn du einmal Survival eingestellt hast Und du es wieder runterdrehst Kommst Du kannst es nicht wieder einstellen Küchenmage Oh guck mal hier liegt nochmal eine Pistole Du bist ausgetrocknet Wenn du nichts trinkt wirst du durstig Was sich negativ auf deine Werte auswegt Finde Wasser und tu was gegen deinen Durst Okay was macht Durst Int minus 1 Okay macht Sinn Können wir nicht daraus trinken Scheiße Das ist aber auch gut Wenn wir Ghulisch haben Weil wir können dann fast aus allem einfach daraus trinken Auch aus verseuchtem Wasser Das müsste uns ja mega heilen Das ist mega intelligent glaube ich Oh Gott Das ist zumindest leichter mega dumm Ah Ja ja ich weiß wie man hackt Was für eine Taste musste man nochmal Muss man hier irgendwas gedrückt halten Damit man auch irgendwie diese ganzen Sachen Highlighten konnte Null Treffer Auch null Treffer Both und Rise haben es nicht Vielleicht haben wir unsere Intelligenz Skill einfach zu geniedrigt Dass man die ganzen Dinger nicht findet Kann das sein Doch da Hier alles nochmal zurück gesetzt Ähm Warte Bows und Rise Oder Race Race hat auch null Okay warte Race Äh das war eigentlich Snot Snot könnte es sein Zwei Okay Snot hat schon zwei Haben wir noch irgendwas mit OT Oder SN Also irgendwas mit OT Ah hier Glock Ihr schafft Die Pitro Ich glaube hier gibt es eh nur ein bisschen Lore Wasse Die Schulden Finden mir immer noch Geld Lieferung Excel Dabei bin ich mir gar nicht mehr so sicher Aber über das Reden sind wir wohl sowieso schon hinaus Dürften kein Problem mehr sein Okay Ist aber eher uninteressant gerade Oh über Crossword gibt es Infos oder was? Naja das ist glaube ich irgendjemand anderes Da zieht sich doch keine Sachen rein Welcome Hm Ja damit kann ich irgendwie wenig anfangen momentan Eine provisorische Bombe Oh Gott Oh Oh nein Haha Weiß nicht ob ich die entschärfen kann Und ich habe immer noch nicht gespeichert Okay ich lasse das Ding da erstmal stehen Bevor ich nicht erst das eine Mal gespeichert habe Wenn das Ding mir nämlich gleich um die Ohren fliegt War alles umsonst was wir jetzt gemacht haben Oh Oh Aua man Gut ist man die Dinger trotzdem immer noch One Shuttle ne Haben wir eigentlich vielleicht irgendwas zu trinken im Inventar? Kleidung, Hilfsmittel Ja Hunger haben wir mittlerweile auch Kann das sein? Du bist gut hydriert Du bist leicht hungrig Okay was macht leicht hungrig? Ausdauer minus eins Wow Radio Hm Den Save da hinten würde ich echt gerne aufmachen Aber Was haben wir eigentlich jetzt am Anfang eigentlich für eine Aufgabe? Sieh dich in Consul um Das haben wir doch gemacht oder nicht? Dann müssen wir noch irgendwas finden oder sehen Wir müssen da hinten noch hinlaufen glaube ich Oh die haben wenigstens mal Zeug Doppelläufige Schrotflintler Flintel Fleisch vom Mischlingshund Hm Das werden wir uns gleich gönnen Wir brauchen unbedingt ein Level Ich will Ghoulish skillen Ich hoffe dass wir uns das weiterhelfen will Was ich ein bisschen schade finde Dass es keine Fahrzeuge gibt Irgendwie so ein kleines Motorrad Womit man so ein bisschen in der Gegend rumheizen könnte Das fände ich irgendwie immer cool Hey Kumpel Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr Kumpel? Oh Okay Lass uns zusammenbleiben Das finde ich auch so ein bisschen Ah Weißt du du kommst so an Okay Lass uns zusammenbleiben Und der Hund kommt sofort mit Schon ein bisschen weird oder nicht Oh Essen Aluminiumdose Warte mal Könnten mal theoretisch Die Waffen auf Schnelldings packen Kuh Ähm Eins Die Pistole Machen wir mal Zwei das Und Wo Sind Meine Stimpacks Die mache ich auf Vier Okay Viel Munition haben wir dafür jetzt nicht Aber besser als nichts Und hier irgendwo schlafen Und kochen Kann doch nicht sein Dass man hier nirgendwo schlafen kann Hm Wenn wir gleich hier irgendeinem Super Mutanten Oder so über den Weg laufen Der mich gleich one-shottet Dann fange ich an zu weinen Dann werde ich schon ein bisschen traurig Jetzt nimm dir den Hund Geh in die Vault zurück Und lass ihn neben der Freeze Gun Nach was suchen Soll ich das wirklich machen? Ist das nicht ein bisschen Ist die Waffe nicht ein bisschen OP für den Anfang? Wir können das später noch machen Aber ich Würde das vielleicht gerne Eher später machen Wo ist der Hund? Hallo? Ich hab den Hund doch mitgenommen, oder? Keine Ahnung Müsste doch hier irgendwo rumlaufen Musst du ein Craftmenü erst ein Bett machen? Ah Na okay Dann kommt das ja ja später Fleisch und Wohnen Okay Essen Find's zum Beispiel cool Das Essen jetzt wichtig ist Im Survival-Modus Das fehlt mir schon im Normalen Dass du nur damit Leben regenerieren kannst Oh Dann habe ich auch gegen die Haarklammern Wo sind denn die Haarklammern? Da Oh hier ist ein Bett Nice Schlafen Okay Wie lange schlafen? Wir müssen auch ausgeschlafen sein Ich gönne mir jetzt einfach mal so 10 Stunden Ah Dann müssen wir glaube ich auch viel essen und trinken Ah Du kannst nicht länger als 5 Stunden auf einer dreckigen Matratze schlafen Alles klar Habe ich jetzt gespeichert? Nur in einem Bett kannst du die Nacht durchschlafen und die entsprechenden Vorteile genießen Wow Aber ich Hat er jetzt gespeichert? Ja Jetzt hat er gespeichert oder? Okay Er hat sogar hier ein paar Quick-Saves gemacht oder? Und das war jetzt theoretisch hier oben Okay Das heißt er speichert auch einfach automatisch Du kannst gar nicht selbst speichern Das macht er einfach wenn du pennst Alles gut Ich frage mich wo der Hund jetzt hin ist Wenn du stirbst hat das auch andere Folgen Nur dass du wieder halt vom vorherigen Speicherstand wieder laden musst Und da du halt nur speichern kannst wenn du auch schläfst Ist es halt schon recht herausfordernd Weil halt schnell einfach mal sterben kannst Ups Gerade wenn du halt irgendwie so eine Raider-Base oder so Unterwegs bist Aua 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 Au 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 Allein der hat mich Die haben mich jetzt schon fast zerstört Aua Okay Bei die Dinger muss ich deutlich mehr aufpassen Okay ich gehe nochmal schlafen Tschüss Wenn ich nochmal eine Stunde hinlege Habe ich denn volles Leben? Lass ich mal testen Ne Oh man regeneriert kein Leben über Schlafen Wow Wir haben nicht wirklich viel trinken Das ist mein Problem Hier haben wir jetzt Müssen wir noch mehr essen? Sind wir noch hungrig? Müde Cram plus 10 Ne müde Wir sind immer noch müde Wir brauchen echt ein richtiges Bett Das ist scheiße Ey und wie langsam das Leben sich regeneriert Das ist ja mega übertrieben Kost Wo ist denn mein Hund hin? Warte ich muss mal zurück gehen War ich denn hier irgendwie abgestellt? Ähm Reden? Ne Bleiben? Ne Müssen wir doch jetzt mitkommen oder nicht? Na jetzt kommt er glaube ich mit Keine Ahnung komisch Eigentlich hätte ich glaube ich schon vorher mitkommen müssen Ähm Stimpaks Red Away Okay uns geht es eigentlich ganz gut Was haben wir jetzt noch für eine Quest offen? Sollen wir uns immer noch glaube ich umgucken oder? Okay wir müssen hier runter in die Stadt und uns da umgucken Alles klar Am wenigsten haben wir jetzt gespeichert Oh jetzt haben wir auch erst die Stadt entdeckt Ja jetzt folgt er mir Ja ich hab mich nochmal irgendwie angequatscht Jetzt ist er irgendwo hinter mir Ich hab ihn gerade gehört Wisst er gerade nicht wo er ist Aber doch da ist er Glaube ich hier im Bus Was richtig hardcore wäre wenn man einmal stirbt Und der komplette Spielstand weg wäre Hardcore Survival Das wäre richtig krass Oh Gott die schießen hier schon wieder rum Oh Gott Müssen wir nicht dann gleich Oh nein Oh Gott das wird mega krass Echt Ja ja Gut Potato Aim Ich glaube wir haben auch Rüstung gelootet Die sollten wir uns vielleicht gleich erstmal anziehen Warte lass uns das jetzt mal machen Inventar Kleidung Okay das hat schon mal mehr Okay die Vault Anzüge haben nur Okay wirklich viel Zeug war das jetzt nicht Kommt heute noch Daisy Nee Daisy 060 ist momentan nicht da Das komplette Wochenende gibt's kein Daisy Okay Hey hier oben Auf dem Balkon Hier drin ist eine Gruppe Siedler Die Raider sind schon fast durch die Tür Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns Bitte Okay Die Laserwaffe ist glaube ich für den Anfang gar nicht so scheiße Schaden 18 Wo ist die nochmal Da Doppelläufige Wow Wir haben eine neue Doppelläufige Oder ist das dieselbe Die wir vorhin auch schon auf Quickdings haben Ich glaube das ist dieselbe Muss man die nicht irgendwie laden oder so Wir sollen aber jetzt schon reingehen Okay Automatikpistole Ich weiß halt nicht wie viel wir jetzt überhaupt hier einstecken können Weil Das wird halt glaube ich echt langsam viel Unkorken Automatikpistole Sackkapuze plus Ich stecke erstmal alles ein Wenn wir gleich voll sind müssen wir dann halt aussortieren Wo ich auch da reingehe Tue ich mich hier unten nochmal umschauen Kommt man da rein Ja Oh Das ist ein richtiges Okay Wo soll ich das mal hier komplett reingehen kann Ich dachte das wäre einfach nur eine Tür die man öffnet Wie benutzt man das Ding nochmal Muss man R Ach mit R muss man nachregen Bleibt das Ding komplett geladen die ganze Zeit Oder geht es irgendwann weg Mh lecker essen Oh Jetzt kommen wir glaube ich raus Ne die Experimental Server sind down Deswegen gibt es heute kein Daisy Ich glaube erst wieder spätestens Montag Warum steht man jetzt hier oben Das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn Ach warum haben die das ganze Haus sonst ausmodelliert Irgendwas cooles wird es hier drin geben Irgendwas nettes zum Looten Das ist natürlich ein Problem Oh Was Was Er hat sich ins Bett gelegt Mit einer Schaufensterpuppe und einem Bier Okay Warum Well Mein Gönn dir Was Was ist das Okay und er hat sich ins Wasser gelegt Eine Machete Brauchen wir eine Machete eigentlich nicht Kann man hier trinken Ich würde das Wasser gerne trinken Oh man kann hier Flaschen auffüllen Kannst du auch einfach so trinken Ja Das hat Radioaktivität Aber das Warte Haben wir nicht sogar Level up gehabt Warte mal Ja haben wir Ah So Natürlich bist du noch ein Mensch Zumindest äußerlich Deine verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert Ich hoffe das ist gut Ähm Jetzt ein halber Ghoul Aber das ist egal Aber da kann ich leben Jetzt können wir theoretisch nämlich daraus trinken Ohne dass wir Leben verlieren Oder Nee Aber warum nicht Deine verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert Aber anscheinend nicht durch Essen Wahrscheinlich nur durch äußere Strahlung kann das sein Man könnte auch Man könnte auch skillen dass wir Kannibale Ich glaube das skillen wir als nächstes Also dass wir Leute aufessen können Um Leben zu regenerieren Oh warte hier steht das glaube ich nochmal besser erklärt Nee noch nicht Okay In Fallout gibt es eine Menge kranker Scheiß Aber das ist auch das coole an Fallout Oh Die bekomme ich so nicht auf Dass man am Anfang noch nichts öffnen kann Das ist auch ein Problem ey Zigarre Was haben wir damit Warte mal Patronen Haarklammern Gelber Trenchcoat Wozu Guck mal die haben sich hier auch irgendwie Party gemacht Wo sie irgendwie über den Jordan gegangen sind Also So Ich habe die Ich kann am Anfang glaube ich nicht mehr